Ja, Boss-Time finde ich auch. Boss-Time? Wait, da fehlt noch Gras. Wir wissen nur noch nicht, was wir für den Boss brauchen. Samen. Das sind die Ohr alten Samen. Du bist doch da extra hingegangen, was stand denn da? Verbrenne seine Kinder. Kann man irgendwas mit den Samen bauen? Wahrscheinlich kannst du die anpflanzen. Und dann wächst ein uralter Baum. Drei Samen habe ich. Gib mal her. Wir haben nur drei. Ja, gib doch mal her. Ich will doch mal gucken, ob da irgendwas ist. Dankeschön. Sie tauchen nicht im Flug auf. Die sind nur zum Spawn, okay. Bist du soweit? Alle Krimskramskisten sind voll. Ja. Ja komm, wir machen jetzt den Boss, dann haben wir neuen Stuff. Vielleicht können wir dann noch Steinkram bauen und dann let's go. Lass mich doch erstmal meinen Scheiß weglegen. Danke. Hallo Lale. Goddammit. Der Mann hat kein Konzept von nix hier. Was soll das denn? Ja. 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 Nur um stressen hier. Nur um stressen. Progress. Nein, gibt's nicht. Gibt's hier nicht. Wir haben zwei Kisten mit Disteln. Ich bin so gestresst. Ich hab nur 20 Feuerpfeile. Ja, bau doch noch welche. Wir haben noch genug. Ja, ich hab doch keine Zeit. Du musst doch gehen jetzt. Nein, bau welche. Hm. Nee. Dafür hat sie mich gestern auch benutzt. Wurde einfach gehauen. Ja. Hauen ist gut. Wieso ist hier ne Fackel in der Kiste? Nehme ich die halt mit. Ja, gut. Komm, Platz. Wir können auch einfach mal einen Raum bauen, wo nur Lager ist. Könnten wir. Machen wir das? Ja, mach ich. Nach dem Boss mach ich das. Okay, let's go. Komm. Achso. Der Raum dafür ist schon fertig. Hier nebenan. Schon perfekt. Muss ich nur umstellen alles. Kein Holz mehr. Kein Holz mehr? Du meinst hier die... Im Inventar. 250, 300, 450 Holze hier in der Kiste liegen? Im Inventar. Das ist repariert. Das ist repariert. Das auch. So. Pedern weglegen. Ah. Ja, alle, alle. Die werden gemobbt. Was? Ich darf meine eigene Vorhersage nicht manipulieren. Ja. Antwort. So. Essen hast du. Ich hab ein Würstchen und zwei Schwänze und vier gekochtes Fleisch. Und 32 Honig. Und sechs Suppen. Ich nomm's mal, was war. Jesus steht beim köstlichen Med. Gesundheits- und Ausdauerregeneration sind verringert. Und dann ist Gesundheitsregeneration minus 50, aber Ausdauerregeneration plus 300. Ich denk, die ist verringert. Das ist widersprüchlich. Das stimmt nicht. Du bist nicht vollgeheilt. Ja, ich weiß. Würdest du dich vorher hinsetzen? Ach so, wir sind direkt hier. Ja. Okay. Was machst du? Dich hier setzen? Mich ins Feuer setzen. Okay. Die Regeneration ist verringert, aber du hast insgesamt mehr Ausdauer. Hm. Auf den Teppich. Ey. Du schiebst mich hier durch die Gegend. Was soll denn? Auch dahin. Da hält sie sich. Tu ich wohl. Mein Discord macht Geräusche. Meinst nicht? Hm. So. Sehr gut. Ähm. Oh. Jetzt hab ich die. Verbrennen sie. Ich hab ein Opfer gehabt. Ich hab ein Opfer gehabt. gebracht. Eins reicht? Anscheinend. Ah! Zelda! Oh, ist wirklich ein Baum? Oh, dann hält sie die Feuerpfeile ja echt gut. Nimm Feuerpfeile! Oh, die Musik ist gut. Oder lässt Wurzeln wachsen. Ah! Und die hauen nach uns. Ah! Ich hab hier so ein Nebelproblem. Ich bin todlich. Das ist doch auch ein Problem. Das ist gute Musik. Ich zu mir komm. Lebst du noch? Oh, vielleicht hätten wir Heiltränke machen sollen. Ich hab einen getrunken gerade, sonst wär ich schon tot. Oh. Oh, was ist das denn für ein geiler Zauber? Ich hab keine Heiltränke, also. Einfach immer ausweichen. Ich glaub, wir sollten die Steinsäulen benutzen. Ich glaub, die helfen. Wurzeln. Das ist ganz schön viel Leben. Ja. Erstmal so anmerken mal. Au, ah, ah, ah! Lass dich nicht von dem... Nicht sterben, bitte! Ja, das... Oh Gott, falscher Knopf. Ah! Ich raus. Das hätte nicht sterben, war so eine Sache gerade. Das da tut sehr weh, was er gerade macht. Ich hab so ein bisschen durchgerollt und jetzt hab ich hier Sorge. Hinter den Steinsäulen kann er aber nicht durchschießen. Stop it! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, shit, boys! Ja, der tut weh, ne? Wurzeln. Oh Gott. Oh! Bisschen assi mit der ganzen Reichweite hier. Machen die hier Gift? Was ist das? Das ist hier so lila. Oh! Oh, au, 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 au! Ah, ich zünd die Roots an. Du musst die dann zünden! Oh, gosh. Ja, aber die Roots sind auch scheiße. Ich will immer mit fucking Leertaste ausweichen, dann spring ich nur dumm rein. Oh, fuck. Ja, das tut weh. Der Angriff ist böse. Bisschen Lebensmangel hier gerade. Sauf! Wurzeln. Hm, so viele. Bei den Wurzeln kannst du aber wenigstens ordentlich wegrennen. Weil die verfolgen dich nicht, die bleiben ja im Ohr. Das haben Wurzeln so an sich, uh. Was ist dein Plan? Ah ja, okay. Aber die Steinsäule protectet einen ganz gut vor dem Schuss. Nur die Wurzeln sind ätzend. Nicht zu mir kommen. Nee, nee, nee. Einfach nur in der Nähe von der Steinsäule bleiben. Ja, ich auch. Weiß noch nicht, was wer macht, wenn man in Melee-Range von ihm ist. Ich weiß auch nicht. Ich hab Angst. Ich will es auch irgendwie nicht ausprobieren. Aber er versucht, er wechselt ja immer zwischen uns. Er läuft ja gerade eher so zwischen uns nur rum. Aber wir haben es schon sehr weit. Ah! Wurzeln. Wurzeln. Nein, 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 nein. Ich muss kurz Ausdauer regenerieren. Ja. Er läuft zu mir. Ich wechsel die Position. Ah, der verfolgt mich. Oh, das war zu niedrig. Ach, der steht da doof. Wieso? Sie ist vorbei. Ich komm nicht. Ja, ab einer gewissen Rangekrise ist er das auch nicht mehr angezeigt, aber er brennt trotzdem. Oh. Zumindest dachte ich das gerade. Wo tappst der jetzt? Ja, ja, er hat gerade noch gebrannt. Boah, wie er die Bäume abreißt. Du hast deine Brüder abgerissen, du Schwein. Du Sau. Aua. Ah, 50 HP noch. Reine! Ah! Diese Pussy-Säulen hier. Die sind... Nee, das sind keine Pussy-Säulen. Die sind wie ein One-Hunty. Oh Gott. Steine. Steine. Bis die Monster die kaputt machen konnten. Ja. Oh. Oh, jetzt hat er hier in meinem Safe-Spot Wurzeln gemacht. Das ist natürlich... Oh, die Welt speichert. Das ist jetzt mies. Es hat geleckt. Oh, vorbei. Oh, nein. Doch nicht vorbei. Ich hab meinen Bogen schon krass gelevelt. Ich muss... Ich muss mal rannen. Ran? Der ist schon gleich bei Haltbarkeit noch meinen Bogen. Meiner auch. Oh, keine Ausdauer mehr. Oh nein, nicht Wurzeln jetzt. Es wird keiner auszulachen. Die Wurzeln schlagen. Was? Aua. Tief. Extrem spannender Bosskampf hier. Ja, cineastisch war natürlich Egg-Tier besser. Mit dem Gewitter und den Blitzen und... Ja, man kann halt... Ja, man kann halt... Einfach Line-of-Seiten. Halt. Okay. Ui. Er ist gleich tot. Jetzt. Yeah, we did it. Im Melee macht er noch mehr Bock. Hm. Ich weiß nicht, ob ich Melee gehen will bei dem. Platz! Gib uns Stuff! I did it. I got it. Oh Gott! Oh, sumpfiger Schlüssel! Ja, bester... Bester Freeze-Frame, Dennis. Hier ein Schlüssel. Ja, ich wollte, dass du das halt auch aufgehoben hast. Achso. Ich hab da zwei Schlüssel getroppt und halt die... Gib mir auch einen. Gib mir den anderen nochmal. Wofür ist denn der? Sumpfiger Schlüssel? Ah, für den Sumpf. Für die Sumpfdinger. Sumpf-Dungeons. Ja, gut. Jetzt können wir den Opfern an dem Ding. Jetzt, wo ich Sumpf-Schlüssel herbekomme. Cool. Wie viele haben an uns gebrau... äh, an uns geglaubt? Details ansehen. Hm. Zwei Leute! Haben wir uns geglaubt, aber haben... Kapi und Vanessa, ja, haben an uns geglaubt. Aber sie haben weniger Punkte gegambelt als sie. Offiziell nutzlos ist der Buff. Yay! Ich bring den... Ich geh den... Ich geh den... Ich geh den... Ob der Wald sich jetzt bewegt. Ähm... Ich geh den mal öpfern. Ja. Brauchen wir den Kopf zweimal, damit jeder den Buff hatte? Nee, ne? Ich glaub, wir haben den instant beide bekommen. Ja, da müssen wir jetzt, glaub ich, ne Bronze-Spitzhacke machen, damit wir Eisen abbauen können. Und dann wohin? In Sumpf. Sumpf ist das nächste? Ja, Sumpf ist das nächste. Es hieß doch, wir sind... Das ist total über unserem Level. Nein. Nein. Das waren die Worte von Dennis. Müssten jetzt halt uns Bronze-Stuff fertig machen und dann... Summertime. Voll Eisen-Stuff. Dann müssen wir jetzt ganz viel Kupfer und Zinn sammeln. Ja. Alles wie immer. Déjà-vu. Äh... Oh. Der Uralte. Schnelleres Holz hacken. Let's go! Ja ne, ich bleib dann bei dem anderen Buff. Den Buff nehmen wir doch mal mit hier. Ich bleib mal hierbei. Und aktivieren Egg-Tier. Hier Schiefreund. So, guck mal, jetzt haben wir den Uralten-Buff und können hier Schiefreund machen. Das ist der nächste, der dicke. Oh. Wanderer, schau zu deinen Füßen. Schau, was du tust. Du betrittst unser Grab. Hier liegen unsere Knochen. Du wirst es büßen. Bezieh dich herunter. Du brauchst einen Sarg. Das klingt nett. Das ist aber scary. Das ist ein Dragon. Das ist ein Drachy. Ja, wir haben da auch sowas gefunden auf dem Berg. Auf dem Berg. Wir sollten hier auch ein Portal hinstellen. Hier hin zu laufen ist ja vorletzen. Ist aber nicht weit. Hier hin zu laufen ist vorletzen. Aber die Kurs! Was? Der dritte ist momentan der schwerste. Ja, danke. Ja, nice. Was hat man davon, wenn man Spiele genießt? Dann werden die Bosse stärker gepatcht, obwohl du sie noch nie gemacht hast. Ich mein, der war... Ich fand den jetzt auch nie so schwer. Nein, den konntest du gut schießen. War ja okay. War jetzt nicht wirklich schwer. Können wir nicht drüber springen? Wenn du hier den Baumstumpf nimmst und dann... Wenn du hier den Baumstumpf nimmst und dann... Ich geh durch die Tür, ne? Schon wieder Nacht. Nein, unser Feuer ist aus. Wieder an. Ach. Kenne Holz. Nicht, was Rübensamen gibt. Rübensamen? Mhm. Ciao, Lutzlomo. Ciao. So, wir haben wieder Licht. Können wir schlafen gehen. Ich muss die Karotten... Okay. Tup, tup, tup. Tup, tup. Die Karotten sind reib. Da startet wieder jemand die Outriders Demo. Tup, wieso? Oh Mann, Dennis. Wie ist der Mann so? So. Ich muss aber auch noch mal spielen. Ich muss noch die anderen Klassen ausprobieren. Was machst du da? Meine Sachen reparieren. Meinen Bogen zum Beispiel. So, können wir schlafen gehen und Erd holen? Ja, sure. Das, was du mit Rise hast, habe ich mit Outriders. Die Demo habe ich aber nicht so viel gespielt. Ja, aber die Demo... Ja, okay. Aber da kann man auch nicht looten und alles verhalten. Das wäre natürlich... Oh, wenn man da schon Mitzitzune-Farben hätte. Oh, Lu hätte schon alles. Das wäre natürlich eine andere Geschichte. Und dann nehmen wir Karen mit und gehen uns Kupfer holen und Sim. Nein, ich muss erst wieder neu anpflanzen, damit das wachsen kann. Gucken, wie es den Schweinchen geht. Kann man mit Karen jetzt durch ein Portal oder nicht? Äh... Ich glaube nicht. Oh nein, sind die Schweine ausgebüxt? Haben wir nur noch ein Schwein? Ach nee, da ist das andere. Ach, schade. Ich dachte schon... Oh, Panik! Panik! Dennis hat in meiner Pinkelpause Werbung geschaltet. Guter Mut. Das wäre ein vorbildlicher... Achso, ich habe... Ich bräuchte ein neues Bierchen. Ach, Dennis... Dann müsste ich vielleicht auch mal gehen. Dennis nimmt jede Chance wahr. Dennis nimmt jede Chance wahr, nochmal zu spielen. Ich passe mit Karen nicht durch die Tür. Ich kann das mit dem Portal nicht testen. Äh... Höh... 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 Hm... Oh... Oh... Was machst du da? Was wohl? Hofarbeit. Ich gehe in den Dunkelwald und hole Zinn. Was ich immer tue. Sogar bei Blinky habe ich das getan. Das ist das, was ich immer tue. Ich gucke, ob ich in Dunkelwald eine Wasserstelle finde. Eine Wasserstelle? Achso, zum Schippern. Ja, im Dunkelwald ist Zinn. Nee, Zinn. Ja, weiß. Achso. Okay. Irgendwie platze ich die hier ganz schön da beieinander. Alle disteln. Uh, gut. Oh, ich habe schon wieder... Wenn du mich damit nicht mit Würstchen zuballern kannst hinterher, ne? Äh, wir brauchen Innereien für Würstchen. Ja. Ja, wir haben keine Innereien. Wir haben eine Innereie. Wir brauchen pro Würstchen zwei, oder was? Äh, ich glaube schon. Hä? Ich habe ein Skelett-Made. Ich bin da zerstört hier. Ich benötige mir plötzlich vom Wachs. Goddammit. Mein ganz... Mein Möhrchen-Pflanz-Mojo ist weg. Ich war so gut da drin. Möhrchen-Pflanz-Mojo vor allem. Ja. Jetzt pflanzen sie ständig zu nah aneinander. Ich muss hier gerade mal so einen Grauzwergen-Beserker killen. Hm. Wie? Keine Möhrchen mehr. Ha! Wir haben nicht genug Saat. Wir haben nicht genug Möhrchen-Saat. Nicht? Voll viel mitgebracht. Das hier irgendwo... Hm. Weil habt ihr so viel Innereien, dass ihr euch neue Spieler curven könnt. Ja. Hey. Ha! Den Spawner auf Range zerstört, Bitches. So. Oh, fuck it. Ihm gefiel das aber gar nicht. Oh, Gott. Soll mich bloß in Ruhe lassen, die Grauzwergen-Penner. Ich hab 140 HP. Halter, Falter. Würstchen, Fleisch und Marmelade. Dat ist der Shit. Echt Marmelade? Ja. Nee, eigentlich nur die Würstchen, glaub ich. Die Würstchen und das Fleisch haben... Ja, die Würstchen sind halt super gut. So macht ihr so Geräusche. Wo sind eure Möhrchen? Habt ihr keine Möhrchen mehr? Einen ist ein Troll. Oh, ich hab noch einen Ferkel ge... Ausgeplappt. Wie lang reichen euch 10 Möhrchen? Okay. Ich hab nicht mehr so viele Pfeile. Ich hab nicht mehr so viele Pfeile. Ach, wie schön. Ein Schweinchen. Die machen mich glücklich. Sobald du irgendwas in Gefangenschaft halten kann, ist sie glücklich. Was? Dem geht's gut. Die haben Möhrchen. Dem geht's gut. Die haben Möhrchen. Sag ich dir dennächst auch. Du hast es doch gut. Du hast Möhrchen. Ich hab schon zwei Babys gemacht. Dem muss es gut gehen. Ganz kritisch. Wenn ein Babys macht, geht's einem Gutes. Weiß nicht. Kritische Aussage. Wieso? Nice, Skelett. Ich habe Troll besiegt. Hast du das? Ja. Äh, das wollte ich eigentlich anders machen. Bist du Kupferader im Dunkelwald? So. Warst du nicht eigentlich für fertiges Essen gedacht, Kiste? Das warst du. Da, wo ich Holz hingepackt hatte. Ja. Ja, die war leer. Wir brauchten gerade so Holz. Äh. Das ist ein Zustand hier. Das ist hier nicht möglich. Oh nein, das ist nicht die Spitzhacke, die ich nicht dabei hab, sondern was anderes. So. Ich hab nicht die Spitzhacke dabei. Nein. Ich hab was anderes dabei. Ich hab die Hacke dabei. Oh nein. Ich hab nur Babys gemacht, weil die wüssten, dass sie nie mehr den Wald sehen werden. Und dann hoffen sie, dass die Kleinen durch eine Ritze im Wald drauf kommen, um den anderen Schweins von euch zu erzählen. Ja. Was? Was? Ja, das ist das, was wirklich ist. Das sind glückliche kleine Schweiniens. Schweiniens. Und zahmfröhlich. Das sind vor... Dreien Ferkelchen. Guck mal. Das ist nur eine Fassade, Lu. Das ist nur Fassade. Wie die Party abgeht. Tief im Inneren sind die... Kämpfen die um ihr Leben. Denen geht gut. Die sind fröhlich. Fröhliche kleine Schweinchen. Das macht immer so Ecken hier. Das mag ich nicht. Ihr wollt nie in die Gefangenschaft von Lu kommen. Ihr sperrt euch ein und gebt euch Möhrchen und sagt, ihr seid glücklich. Und wenn ihr euch dann noch fortpflanzt, weil ihr ja sonst nichts zu tun habt, unterschreibt das ihre Ansicht noch. Hä? Was? Was? Aber da steht fröhlich als Tooltip dran. Das ist doch nicht gelogen. Alles Fassade. So fröhlich. Fröhlich. So. Gott. Du brauch echt... Irgendwie. Was haben wir noch? Ach, das ist meine Spitzsacke. Ich hab meine nicht dabei. Oh, das ist natürlich clever. Hast du mir gerade zugehört? Nein. Ne, ist okay. Offensichtlich nicht. Merk dir was du chatten? Offensichtlich. Hab ich das nicht mitbekommen. Sonst wäre ich nicht überrascht gewesen. Die Frau, ne? Was denn? Ich halte gerade einen riesen Vortrag darüber, wie ich meine normale Hacke dabei habe und nicht die Spitzsacke. Und du hast sogar Unfortunate gesagt. Weißt du? Du hast sogar darauf geantwortet. Ne. Ne, wenn ich Unfortunate sage, ist das meistens einfach so ein Reflex. Das ist so vorprogrammiert. Das ist mein Leben, Chad. Jeden Tag. Ich geh mal ein Bier holen. Das ist mein Leben. Können wir jetzt das Zinn endlich holen? Wird schon wieder beworfen, wo ist das Mistvieh? Ah ne, da hinten wird gekämpft. Bis zum nächsten Mal.